Nur zwei Sekunden, Mathieu. Hier kann man relativ gut sehen, wo der auch hin, von hier löschen, rutschen, ein bisschen weiter weg, dann ist es auch häufig früher. Einfach geholfen, rutsch bitte die Bebe und wieder abgehen dabei. Genau. Also man sieht, wo der auch hin, von hier löschen, rutschen, ein bisschen weiter weg, dann ist es auch häufig früher. Haha, geil. Ich freu dich, ich freu dich noch mal. Vielleicht aber auch nicht.